Was geht ab Leute? Sale ist wieder da mit einer neuen Folge von Let's Play Type Rider. So, wir schauen uns mal die nächste Schrift an und zwar Clarendon. Äh, komm. Na, komm. Juhu. Wuii. Clarendon. Leg mal los. Hoppala. Wuhuuu. Da unten ist schon mal das A. Das H. Safe. So, dann zack. Wuhuuu. Was ist da runter? Guck mal was da kommt. C ist da. Was ist da runter? D, da ist bestimmt das UND. Ja. Oh. Sehr toll. Na ja klar. Juhu. Wow. Üp, üp. Ja. Toll. Na, komm schon, komm ich da irgendwie ganz sack. Ach komm, leck ich am Marsch. Ich scheiß auf das Ö. Ganz ehrlich. Irgendwo ist auch mal Schluss. Juhu. Fah, fah. Wuuu. Boi. Boi. So. Wir sind im wilden Westen. See. Oh, cool kann ich hier irgendwas. Hoch. Mit dir. Ich bin zu leicht. Hm. Wappala D. Und dann das E. Und das F. Und das F. Und was zum Lesen. Hm. Oh. So. Die Lithographie. Na da. Hochgeschwindigkeitsdruckmaschine. Brasse. Brasse. En blanc. A laudet. Und sie. 1904. Die Lithographie. Das 19. Jahrhundert brachte zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet der Drucktechnik. Allen voran die Lithographie. Sie wurde 1798 von den österreichischen Theaterschriftsteller, Schauspieler und Musiker Alouin Seenfelder erfunden. Der nach einem kostengünstigen Verfahren zum Druck seine eigenen Arbeiten suchte. Die Lithographie bildet den Übergang zwischen rein handwerklichen Drucktechniken und den mechanischen Verfahren des industriellen Zeitalters. Bei der Lithographie wird bayerischer Plattenkalk als Druckform verwendet. Der Lithograph zeichnet mit fethaltige Tusche oder Kreide auf den Kalkstein der anschließend befeuchtet und mit Tinte bestrichen wird. Da Fett und Wasser einander abstoßen haftet die Tinte nur auf den fethaltigen Partien. Das Verfahren ist einfacher und weniger kostspielig als der Druck mit Bleihlettern und hat den Vorteil, dass Änderungen leichter möglich sind. Ein weiterer Vorzug der Lithographie besteht darin, dass mit ein und derselben Druck von Bilder oder Illustrationen und Text reproduziert werden können. Die 1837 entwickelte Chromolithographie führte zu einem Boom in der Herstellung von Plakaten und erlaubte die Herausbildung der bis heute geforderten Eigenschaften dieses Werbemittels hinsichtlich Größe, Mehrfarbigkeit, leichte Reproduzierbarkeit. Ich kann mit der Lohre fahren. Geil! Juhu! Juhu W – Kaslon Jr Vivian Kaslon Ja, dann gucken wir mal was der Typ kann. Kaslon Muster der Schriftdatsomething William Kaslon Jr1816 Im 19. Jahrhundert war England die herrschende Industrie und Seemacht in Europa. Durch die bahnbrechenden Arbeiten von William Kasslern und John Baskerville erlebte auch die Typografie eine wahre Blütezeit. Der Londoner Schriftenwerfer, Stempelschneider und Schriftgießer Robert Vaughan übernahm die Druckerei seines Meisters Thomas Codrell. Seinerseits ein ehemaliger Lehrling von William Kasslern. 1794 verlegte er die Werkstatt in die Fanstreet. Die Fanstreet Foundry wurde schnell für die Qualität ihrer Schriften berühmt. Thorn war ein begabter Typograf und ist insbesondere für die Entwicklung einer fetten Schrifttype bekannt. Die er Fatface oder Bold Roman nannte. William Kasslern, der Urenkel des Gestalters der Schriftart Kasslern, der die Schriftgießerei seines Vaters am Salisbury Square übernahm, trug ebenfalls zur Weiterentwicklung der Schriftarten bei. 1816 verwendete er zum Signieren seines Katalogs Großbuchstaben ohne abschließende Querstriche, die er Two Lions in English Egyptian nannte und die als erste serifenlose Schriftart in die Geschichte der Druckerei eingegangen sind. Ich komme hier nicht raus. Und jetzt? Oh. 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 Na? Nein! Nein, 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 nein. Okay, nochmal. ja 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 nein 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 goddamit noch die zwei ja das sieht doch gut aus der unter die schreibmaschine so remington nummer eins old style bild der broschüre remington nummer 4 1870 die schreibmaschine im 19 jahrhundert erfolgte eine zunehmende mechanisierung der drucktechniken 1837 baute die italienische typografe joseph ravica den ersten prototyp einer schreibmaschine mit einer klavier ähnlichen tastatur die tasten wurden mit den fingern herunter gedrückt um die buchstaben zu drucken in frankreich fand françois-pierre der von geburt an blind war 1839 den rapigrafen mit dieser maschine konnte man nach einem von françois freund louis brellier erfundenen systemtexte schreiben so dass blinde mit familienangehörigen und freunden korrespondieren konnten 1865 entwickelte der den erasmus malinghansen leiter der königlichen taubstummeninstituts in kopenhagen die schreibkugel die erst in serien hergestellte und für ein breites publikum bestimmte schreibmaschine zeitgleich konstruierte in pennsylvania nordamerika der drucker und verleger christopher lefam shows mit unterstützung von carlos glitten und samuel w soul den prototyp einer schreibmaschine sie besaß eine tastatur mit tasten für die verschiedenen zeichen buchstammziffern die über einen stab mit den entsprechenden lettern verbunden waren beim drücken einer taste wurde über ein mechanisches system das zeichen mittels einer beweglichen eines beweglichen farbandes auf einem blatt papier gedruckt die erfinder verkauften 1872 ihre rechte an den amerikanischen waffenhändler remington der mit der serienproduktion begann und die maschine ab 1874 in den usa verkaufte der typewriter von remington fand rasch verbreitung und war die erste kommerziell erfolgreiche schreibmaschine dank der schreibmaschine wurden typografische gestalten jedermann zugänglich diese entwicklung führte auch zu änderungen im bereich der schriftarten denn die genorten schreibmaschinenblättern waren im gegensatz zu den in druckereien verwendeten lettern alle gleich breit die buchstaben wurden daher verformt schmale buchstaben wurden breiter und breite schmaler gemacht so und es geht weiter Lernen wir noch mehr Spannendes über die Schöpfung. Nein! Nein! Zu spät gepeilt. Und ab, 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 ab. Nein! Okay, es wird schwerer. Aber ich habe die Buchstabe eingesammelt. So geht es natürlich auch. Und ab, 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 nein! Ab, ab, ab und ab. Ja, und ab. So. Boing. Yeah! Na, 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 na. Na, 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 na. Wann ich. Und ich rolle, 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 rolle. In den Tod. Konzentras. die ägyptischen schriften waren wir dich erschossen 15.000 westerler oder nicht doch wanted dead or alive notorious batman dalton gang immediately contact nearest u.s marshall's office aussagen mit einem kopfgeld ausruf auf die die brüder dalton 1892 aber dann kam mir zum glück lucky luke die ägyptischen schriften in england förderte im 19 jahrhundert die entwicklung von drucktechniken sollte da nicht eher in england förderte mann im 19 jahrhundert die entwicklung von drucktechniken stehen ein spiel über schriften und bücher und blablabla press und werbung die entstehung neuer schriftarten vincent figgins ein zeitgenosse von thorn und carlson dem vierten kassler dem vierten zeichnete die ersten serifen betonten großbuchstaben mit breiten rechteckigen querstrichen die im unterschied zu den traditionellen schriften eine konstante stärke der haare und grundstriche aufwiesen die schriftart antik die 1815 veröffentliche ebnete den weg für eine neue schriftarten familie die ägyptischen schrift schriften die bezeichnung leitet sich von den namen der durch die royal navy körperten französischen fregatte hms ägyptischen ab die 1802 den rosetta stein nach london brachte schriften dieser art sollte nicht einfach nur lesbar sein sondern auffallen der grafische stil der werbung war reißerisch und provozierend wie die rufe der straßenverkäufer und die aushängeschilder die er nachahmte ein typisches beispiel ist die schriftart klarendon die 1845 von dem typografen robert bassley für die londoner fan street foundry entwickelt wurde sie lehnte sich sowohl an thorns fett schrift als auch an figgins egyptian an und war in den usa überaus erfolgreich die klarendon wird oft mit dem wilden westen amerikas assoziiert und eignet sich besonders für titel und kurze texte wie auf plakaten und werbeschildern was ihren erfolg teilweise erklärt mit dem sooo hoppala nyeow nye ne 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 oha mann haha guter logen fahren juhuuuuu ja komm schon Nein! Nicht schießen! Ha! Einrad! Nein! 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 Na toll! Ich stecke fest! Ich stecke! Beneben! Fest! Ja und wie komme ich da jetzt hoch? Toll! Ab! Oh! Okay, ich muss mit der Loge fahren, so wie es aussieht! Ab! Und ich Düse, 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 Düse! Uuuuuh! Mann! Nein! Oh Mann! Muuuuh! Konzentration! Ne! Ne! Ja! Los geht's! Wuhu! 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 Fah! Fah! Hop! 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 Hm... Hop! Wuhu! So nice! riech! Hop! 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 Oh no! Ja! No! Eeeein! Nein, 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 wie komme ich denn da hoch? Wie hindert ist denn das? So, ja, ab und ab, 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 ab. Ach, scheiße, sonst. So, nein, 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 nein. Buchstabe. Hopp, wuhu. Oh, ok, ich habe das gedacht, ich falle jetzt runter. Nein! Und jetzt? Hopp. Ja, komm, töte mich. Ja, ich hab's. Der Telegraph. Puh, spiel ich doch jetzt langsam. Ja, still egal. Telegraph. Polka Telegraph 1885. Der Telegraph. Im Laufe des 19. Jahrhunderts ermöglichte die Entdeckung neuer Energiequellen, insbesondere der Dampfmaschine und der Elektrizität, technische Fortschritte. Auch auf dem Gebiet der Schrift und der Kommunikation entstanden Neuerungen. Der Londoner Physiker und Affiner Charles Waltham entwickelte ein leitungsgebundenes Telegraphiesystem, das mit Hilfe von Strom und magnetischen Nadelnachrichten übertrug. 1838 wurde die erste telegrafische Verbindung zwischen London und Birmingham in Betrieb genommen. Zeitgleich ließ in den USA der Maler und Bildhauer Samuel Morse einen elektrischen Telegraphen patentieren. Gemeinsam mit zwei Partnern vervollkommendete er das dieses Gerät und konnte den amerikanischen Kongress überzeugen, 1843 die erste Telegraphenleitung zwischen Baltimore, Maryland und Washington D.C. zu verlegen. Bei der bereits 1832 erfundenen Morse-Technik werden die einzelnen Zahlen und Buchstaben in eine jeweils unterschiedliche Kombination langer und kurzer Signale umgewandelt, wodurch Nachrichten schnell über weite Entfernungen umbündelt werden können. Diese Version des Telegraphen verbreitete sich in den USA ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und verband insbesondere die erst kurz zuvor erschlossenen Weiten des amerikanischen Westens mit den Industriestädten an der Ostküste. Das System zur Fernübermittlung von Nachrichten läutete eine neue Entwicklung auf dem Gebiet der Kommunikation ein. Die zunehmende Entmaterialisierung der Informationen, die im 20. Jahrhundert in der Erfindung des Internets gipfelte. So und hopp und hopp und huah. Mami, Mami. Nein, 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 nein. Häh. Hä? Achso, so ein Buchstab stimmt das. Da war ja gar nichts zum Lesen. Hopp, hopp. Ab. So, was geht jetzt hier? Okay, ähm, ich hab hier lauter Knäffchen und ähm, ich hab keinen Plan, was ich hier machen muss. Drück mal einfach mal Knäffchen und guck mal aufs Gesicht. Aha, aha, aha. Ich kann hier ganz viele Dinge holen, warum auch immer. Ah, oh. Ich hoffe, das war schon richtig. Ja, die Linotype Setzmaschine. Ui, 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 ist das immer viel zu lesen. Unglaublich. Werbeposter OTT Mergenthaler & Co. Erfinder und Hersteller der Linotype 20. Jahrhundert. Die Linotype Setzmaschine. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Mechanisierung der Drucktechniken bereits sehr weit fortgeschritten. Das Gießen und Setzen der Lettern wurde durch Maschinen stark vereinfacht, beschleunigt und automatisiert. 1886 wurde die Linotype Setzmaschine erfunden und mechanisierte den bisher ausschließlich manuell ausgeführten Textsatz. Die Maschine wurde in den USA von dem deutschstämmigen Uhrmacher Ottmar Mergenthal entwickelt. Der Setze gibt den Text über eine Tastatur ein. Beim Drücken einer Taste fällt aus einem Magazin eine Matrize, Gussform des entsprechenden Zeichens. Die Lettern werden zu Zeilenangeordneten automatisch gegossen. Anschließend werden die Matrizen über eine kodierte Zahnstange zum Magazin zurückgeführt. Die Bleizeilen werden nach dem Druck wieder eingeschmolzen und dienen zum Kuss neuer Zeilen. Dieses System revolutionierte das Druck- und Verlagswesen und blieb es in die 1970er Jahre im Gebrauch, als es endgültig durch den Fotosatz ersetzt wurde. Ja, genau so. Und das war die Geschichte von Clarendon. Das kommt so irgendwie an wie so ne Pickelsalde oder sowas. Naja gut. Clarendon, jetzt auch für ihren Popo. So, ja. Ich hoffe auf jeden Fall diese Folge von Typewriter hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Hör uns doch selbst etc.